was bisher geschah. Trennst du positive und negative elektrische Ladungen voneinander und packst du sie in zwei fest verankerte Schachteln, so bildet der Haufen negativer Ladungen einen Minuspol und der Haufen positiver Ladungen einen Pluspol. Zwischen dem Minus- und Pluspol entsteht eine elektrische Spannung. Diese wird mit dem Buchstaben U abgekürzt und beispielsweise so skizziert. Die Spannung sagt aus, wie viel Bewegungsenergie eine positive Ladung gewinnen würde, wenn sie vom Plus zum Minuspol wandert. Die Spannung wird in Volt gemessen und mit einem V abgekürzt. Lass uns für unser Gedankenexperiment annehmen, dass zwischen den Polen eine Spannung von 10 Volt anliegt. Mit Spannung allein können wir nicht viel anfangen. Als nächstes brauchen wir einen elektrischen Leiter. Das könnte beispielsweise ein Draht sein, der aus Kupfer oder aus Aluminium besteht. Diesen Leiter brauchen wir nämlich dafür, um die beiden Pole miteinander leitend zu verbinden. Es macht natürlich einen Unterschied, ob wir Kupfer oder Aluminium als Verbindung nehmen, weil verschiedene Materialien unterschiedlich gut die Ladungen durchlassen. Dazu aber später mehr. Da die beiden Pole jetzt miteinander leitend sind, können die positiven Ladungen zum Minuspol entlang des Leiters wandern. Sie werden schließlich von den negativen Ladungen angezogen. Es entsteht also ein elektrischer Strom I durch diesen Leiter. Die negativen Ladungen müssten natürlich auch zum positiven Pol wandern. Wir haben sie aber in der Schachtel befestigt, so dass sie sich nicht bewegen können, um unser Gedankenexperiment nicht unnötig kompliziert zu machen. Der entstandene elektrische Strom I wird in der Einheit Ampere gemessen und mit einem A abgekürzt. Mit der Zeit wird die Anzahl positiver Ladungen beim Pluspol sinken, weil die Ladungen ja die ganze Zeit zum Minuspol wandern. Damit würden auch die Spannung und der Strom mit der Zeit sinken, weil weniger Ladungen getrennt sind. Um das zu verhindern, werden wir die Ladungen ständig nachliefern, um die Ladungstrennung aufrechtzuerhalten. Dieses Nachliefern von Ladungen ist die Aufgabe einer Spannungsquelle. Mit einer Spannungsquelle stellen wir sicher, dass die Spannung und der Strom schön gleich bleiben und nicht kleiner werden. Nehmen wir mal an, dass ein Strom von einem Ampere durch die Leitung fließt. Unsere Spannung zwischen den Polen ist auf 10 Volt eingestellt. So weit, so gut. Lass uns jetzt mal die Spannung verändern und schauen, wie sich das auf den elektrischen Strom auswirkt. Spannung können wir verändern, indem wir zum Beispiel die Anzahl getrennter Ladungen verändern. Wenn wir die Spannung von 10 Volt auf 20 Volt erhöhen, dann erhöht sich der Strom von einem Ampere auf zwei Ampere. Wir haben die Spannung U verdoppelt und dadurch hat sie der Strom I auch verdoppelt. Wenn wir die Spannung von 20 Volt auf 60 Volt erhöhen, dann erhöht sich der Strom von 2 Ampere auf 6 Ampere. Wir haben die Spannung U verdreifacht und dadurch hat sich der Strom I auch verdreifacht. Wenn wir die Spannung von 60 Volt auf 40 Volt verringern, dann verringert sich der Strom von 6 Ampere auf 4 Ampere. Wir haben die Spannung U um den Faktor 2 Drittel verringert und dadurch hat sich der Strom I auch um den Faktor 2 Drittel verringert. Egal um welchen Faktor wir die Spannung verändern, der Strom verändert sich auch um den gleichen Faktor. Wir können die Messwerte in einem Diagramm veranschaulichen. Auf die y-Achse, also die senkrechte Achse, tragen wir die Spannung auf. Und auf die x-Achse, also die waagerechte Achse, tragen wir den Strom auf. Dieses Diagramm wird Spannung-Strom-Diagramm genannt, weil es den Zusammenhang zwischen Spannung und Strom veranschaulicht. Veranschaulichen wir mal unsere Messwerte, indem wir sie aus der Wertetabelle ablesen und in das Diagramm eintragen. Bei 10 Volt zwischen den Polen wanderte ein Ampere Strom durch die Leitung. Bei 20 Volt hatten wir 2 Ampere. Bei 40 Volt hatten wir 4 Ampere. Und bei 60 Volt zwischen den Polen hatten wir 6 Ampere gemessen. Wenn wir jetzt die Messpunkte miteinander verbinden, bekommen wir eine gerade Linie. Immer wenn in einem Diagramm eine gerade Linie herauskommt, dann sagen wir, dass die aufgetragenen Größen linear zusammenhängen. Wir haben also eine Gesetzmäßigkeit gefunden, dass Spannung und Strom linear zusammenhängen. Und genau das ist die Aussage des Ohmschen Gesetzes. Das Ohmsche Gesetz besagt, dass wir eine gerade Linie bekommen, wenn wir Spannung U und Strom I in einem Diagramm auftragen. Was ist, wenn wir unsere Spannungs- und Strommesswerte aufgetragen hätten und so eine Kurve bekommen hätten? Erfüllt dieser Leiter, für den diese Kurve rauskommt, das Ohmsche Gesetz? Nein, eben nicht, weil das ja keine gerade Linie ist. Ein elektrischer Leiter erfüllt nur dann das Ohmsche Gesetz, wenn das Spannungs-Strom-Diagramm eine gerade Linie ergibt. Der stromdurchflossene Leiter, der im Diagramm eine gerade Linie ergibt, wird Ohmscher Leiter genannt. Ein Leiter aus Kupfer ist beispielsweise ein Ohmscher Leiter. Wenn wir nämlich an diesen Kupferleiter eine Spannung anlegen und dadurch ein Strom durch diesen Leiter fließt, dann hängen Strom und Spannung linear zusammen. Die gerade Strom-Spannung-Linie wird durch ihre Steigung repräsentiert. Wir bezeichnen die Steigung als elektrischen Widerstand und kürzen ihn mit dem Buchstaben R ab. Der Buchstabe R steht für das englische Wort Resistance und heißt eben übersetzt Widerstand. Wir können also sagen, eine steile Gerade hat eine große Steigung und repräsentiert damit einen großen elektrischen Widerstand. Eine flache Gerade hat eine kleine Steigung und repräsentiert damit einen kleinen elektrischen Widerstand. Soweit so gut. Die Steigung entspricht dem Widerstand R. Doch welche Auswirkung hat die Steigung der Geraden auf die Spannung und den Strom? Eine flache Gerade, also ein kleiner Widerstand, bedeutet, wenn du die Spannung U nur ein bisschen erhöhst, dann erhöht sich der Strom I sehr stark. Eine steile Gerade, also ein großer Widerstand, bedeutet dagegen, wenn du die Spannung U nur ein bisschen erhöhst, dann erhöht sich der Strom I auch nur ganz wenig. Wie können wir jetzt die drei Größen Spannung U, Strom I und Widerstand R in einer Formel vereinigen? Lass uns dazu die Sprache der Physik, also die Mathematik, benutzen, um diese Gerade Linie in eine Formel zu übersetzen. Aus der Mathematik wissen wir, dass eine Gerade, die durch den Koordinatenursprung geht, durch die Geradengleichung beschrieben wird. y ist gleich m mal x. Hierbei ist m die Steigung der Geraden. In unserem Fall ist die Steigung der Widerstand R, also ersetzen wir mal das m mit R. Das y steht bei uns an der vertikalen Achse und ist die Spannung U. Also ersetzen wir das y mit U. Das x steht an der horizontalen Achse und steht in unserem Fall für den Strom I. Ersetzen wir das x mit I. Und schon haben wir eine gerade Linie im Diagramm in eine Formel übersetzt. Das ohmsche Gesetz als Formel lautet also U ist gleich R mal I. Weißt du, wie ich mir diese Formel für immer gemerkt habe? Ich habe mir einfach das Wort URI gemerkt. Füge nur noch ein Gleichheitszeichen zwischen U und R und schon hast du die Formel für das ohmsche Gesetz. An der Formel für das ohmsche Gesetz kannst du die Einheit des Widerstands herausfinden. Dazu musst du nur die Formel nach dem Widerstand R umstellen. Bringe I auf die andere Seite und du bekommst U durch I ist gleich R. Oder eben andersherum aufgeschrieben, was keinen Unterschied ergibt. R ist gleich U durch I. Die Spannung hat die Einheit Volt und der Strom die Einheit Ampere. Das kennst du ja schon. Der Widerstand muss also die Einheit Volt pro Ampere haben. Volt pro Ampere kürzen wir kurz mit der Einheit oben ab. Dieses Zeichen hier ist übrigens ein griechischer Buchstabe und heißt Omega. Die Größe von diesem elektrischen Widerstand R hängt von dem verwendeten Leiter ab, der den Plus- und Minuspol miteinander verbindet. Ein Leiter aus Kupfer hat einen kleineren Widerstand als ein Leiter aus Aluminium. Für den Kupferleiter erwarten wir also eine flachere Gerade als für den Aluminiumleiter. Und ein Leiter aus Aluminium hat einen kleineren Widerstand R als ein Leiter aus Eisen. Ein Eisenleiter hat also eine steilere Gerade als ein Aluminiumleiter. Schauen wir uns am besten ein paar konkrete Beispiele an, wie du die Formel für das Ohmsche Gesetz anwenden kannst. Beispiel Nummer 1. Die Spannung zwischen den Polen ist 10 Volt und der Strom, der durch den Leiter fließt, ist 1 Ampere. Wie groß ist der Widerstand des Leiters? Dazu stellen wir die URI-Formel nach dem Widerstand R um. R ist gleich U durch I. Dann setzen wir gegebenen Werte ein. Für die Spannung 10 Volt und für den Strom 1 Ampere. 10 Volt durch 1 Ampere sind 10 Ohm. Beispiel Nummer 2. Der Strom, der durch den Leiter fließt, ist 2 Ampere und der Widerstand des Leiters ist 100 Ohm. Wie groß ist die Spannung zwischen den Enden des Leiters? Also zwischen den beiden Polen. Da können wir direkt die URI-Formel benutzen. U ist gleich R mal I. Setzen wir nur noch die gegebenen Werte ein. Für den Widerstand 100 Ohm und für den Strom 2 Ampere. 100 Ohm mal 2 Ampere sind 200 Volt. Beispiel Nummer 3. Die Spannung zwischen den Enden des Leiters ist 6 Volt und der Widerstand des Leiters ist 2 Ohm. Wie groß ist der elektrische Strom, der durch den Leiter fließt? Dazu stellen wir die URI-Formel nach dem Strom I um. Dann erhalten wir I ist gleich U durch R. Jetzt nur noch gegebene Werte einsetzen. Für die Spannung 6 Volt und für den Widerstand 2 Ohm. 6 Volt durch 2 Ohm sind 3 Ampere. So, das war's. Du hast gelernt, dass das Ohmsche Gesetz in einem Diagramm eine gerade Linie darstellt, deren Steigung dem elektrischen Widerstand entspricht. Außerdem wird das Ohmsche Gesetz durch die URI-Formel beschrieben. Diese kannst du benutzen, um die unbekannte Spannung, Strom oder den Widerstand zu berechnen. Die Spannung 7 2 • Vielen Dank.